Moin Leute, heute geht's endlich los mit der Responsive Website. So, als erstes erstellen wir uns einen neuen Ordner. Ich hab den in meinem Fall Tutorial genannt. Und in den brauchen wir jetzt ein paar Unterordner. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen eine CSS-Datei. Die tun wir in einen Ordner namens CSS. Wer hätte es gedacht? Diese Datei ist einfach dafür da, um später unsere Webseite zu gestalten. Also mit CSS-Dateien kann man halt das Aussehen von den Elementen ändern. Und das benötigen wir. Das heißt, wir erstellen uns einen Ordner CSS und in den erstellen wir uns eine Style.CSS. Die könnt ihr auch anders nennen, aber im Normalfall nennt man die Style.CSS. So, dann nehmen wir schon mal einen Ordner, den nehmen wir noch JavaScript, also JS. Und einen Ordner Images, also IMG abgekürzt für die Bilder. Und einen Ordner HTML für die Unterwebs, also Unterseiten, die vielleicht noch erstellt werden. Und dann haben wir eigentlich schon mal das Wichtigste. Jetzt bräuchten wir noch einen Index.html. Die könnten wir einfach hier auch erstellen, indem wir hier ein neues Textdokument uns hier einfach nehmen. Dann, genau so, und die hier Index.html nennen. Das ist, funktioniert, alles kein Problem. Aber wir machen das über Brackets, erstellen wir uns das, weil wir da gleich Vorteile haben. Das zeige ich euch. Also, so, für alle, die Brackets installiert haben, sehr gut gemacht. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, wäre in diesem Schritt sinnvoll. Und zwar hat nämlich, habe ich ja im letzten Tutorial schon gesagt, gibt es bei Erweiterung, die Erweiterung Bootstrap via Starter Template. Und, genau, Bootstrap Starter Template, die installiert ihr euch. So, und wenn ihr die installiert habt, dann könnt ihr bei Datei auf New Bootstrap Template drücken. So, okay, ich sehe gerade in der Aufnahme, dass ihr das gar nicht seht. Aber ihr drückt hier oben auf Datei und dann auf New Bootstrap Template. So, dann habt ihr nämlich schon ein schönes Grundgerüst. Was wichtig ist, falls ihr dieses Bootstrap Template nicht habt, dann ist es wichtig, dass ihr einmal zu diesem Link dieser Seite geht, weil da auf der offiziellen Bootstrap-Seite gibt es genau diese Vorlage. Könnt ihr euch dann einfach, kann den Link, ich tue den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr euch im Notfall, falls ihr nicht unbedingt Brackets benutzen wollt, einfach dort diese Vorlage, mit der ich jetzt arbeite, runterladen. Was ist überhaupt Bootstrap? Bootstrap ist einfach dafür da, ist sozusagen eine Bibliothek, die wir einfügen, indem wir einfach einmal hier eine CSS-Bootstrap-Datei einfügen und ganz unten nochmal drei Skript-Dateien, einmal eine jQuery, damit das benötigt, Bootstrap um zu funktionieren, genauso wie eine weitere namens popper.min.js und bootstrap.min.js. So, wenn wir die vier Sachen haben, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, funktioniert auch Bootstrap im Normalfall. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach auf die Bootstrap4-Webseite, dort ist auch nochmal erklärt, wie ihr das einfügt und so weiter, aber das sollt ihr da schon hinbekommen. Also wenn da Fragen sind, dann fragt einfach, das ist jetzt erstmal nicht so schwierig. So, wenn wir jetzt das eingefügt haben, können wir unsere Datei abspeichern und nennen die dann halt index.html und können dann auch schon das ganze Programm oder die ganze Website starten. Bei Brackets gibt es rechts dann einfach so einen Blitz-Button, da liegt gerade leider jetzt mein eines Fensters drüber, da könnt ihr draufdrücken und dann startet sich automatisch euer Google Chrome, also als euer Standardbrowser, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob es der Standardbrowser geöffnet wird, aber auf jeden Fall bei mir öffnet sich Google Chrome, auf jeden Fall einer eurer Browser wird sich öffnen und dann sieht das Ganze auch schon anders aus. Moment, jetzt kann ich das ausmachen und jetzt muss ich kurz gucken, wieso es, wieso zeigt es mir das jetzt nicht an? Moment. Genau, jetzt. Ne, doch nicht. Moment. Brackets. Jetzt, so. Sorry. Also, jetzt wird uns dieses, was oben rechts bei mir in der Ecke ist, das ist bei mir auf meinem zweiten Fenster, wird uns jetzt dieses Bootstrap-Template angezeigt. Wieso auch immer das hier ein bisschen rumspinnen. Tut mir leid, das sind meine ersten Videos. So, jetzt. Genau, wir haben jetzt bei dem Bootstrap-Template haben wir schon mal eine Navigationsleiste mit links in den Branding, in den Dropdown. Wir hätten jetzt auch hier sogar schon eine Searchbox-Button und halt einen kleinen Start. So, ist erstmal ganz hübsch. Werden wir jetzt aber alles bearbeiten. So, dafür gehen wir hier wieder zurück und fangen als erstes an den Namen. Also wir fangen, ich werde jetzt nicht auf alles hier genau eingehen, wir werden noch, ich werde noch mal irgendwann ein Video dazwischen schieben mit, schieben, mit den ganzen Meta-Tags, die hier sind. Und da gehe ich nochmal später drauf ein. Aber zum Beispiel Autor können wir jetzt halt einfach hinschreiben. EasyCode. So, Description ist der Text, der dann unter dem Link wäre. Cooler. Website. So, das ist, wenn ihr zum Beispiel einen Link verschickt, dann steht ja als erstes der Titel da. Das wäre das hier. EasyCodeTutorial. Das würde dann sozusagen als Titelname, wenn ihr den Link verschickt, da stehen. Und dann drunter steht ja meistens so eine Beschreibung. Dann würde bei uns coole Webseite stehen. So, genau. Das Fav-Icon ist das kleine Icon, was immer in dem oben links in der Ecke ist. Das werden wir später einfügen. Und gehen wir mal weiter. Genau. Dann ist hier die Bootstrap-Code-CSS. Dann unsere CSS. Das heißt, hier fügen wir jetzt unsere ein. Das heißt, wir gehen in den CSS-Ordner. Ah ja genau, wenn ihr halt Brackets nutzt, dann wird das auch immer schön angezeigt. Dann könntet ihr zum Beispiel jetzt einfach hier draufdrücken. Seht ihr, aha. Ich habe nur dieses Style-CSS-Drucker wieder drauf und habe es perfekt eingefügt. So, jetzt haben wir sozusagen in unserer HTML schon mal unsere Style-CSS eingebunden. Da steht noch nichts drin. Deshalb ist es auch ziemlich egal. Aber das wird gleich noch einen guten Vorteil bieten. Wir an sich könnten wir jetzt einfach diese Navigationsleiste so, wie die hier ist, nutzen. Das Ding ist, ist ein Tutorial. Ist also ein bisschen doof, wenn ich jetzt einfach den ganzen Quatsch hier stehen lasse und dazu nur teilweise was sage. Deshalb machen wir das einfach mal von Hand. Ähm, genau. Fangen wir also an. Ähm, also wenn ihr schon irgendwas hier davon wisst, könnt ihr das auch jederzeit überspringen. Ich werde vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie so kleine Timestamps irgendwie einfüge, dass man weiß, wo ich was mache. Aber an sich teile ich das Video grob auf. Einmal halt immerhin die wichtigsten Sachen am Anfang und am Ende des Videos wird dann meistens nochmal über Media Queries, also wird nochmal ein bisschen geguckt, dass die Webseite auch wirklich für jegliche Gerätegröße passt. Aber das ist dann immer am Ende des Videos. Deshalb fangen wir jetzt erstmal an. So, als erstes, da wir jetzt Emmet, die Erweiterung, die hier auch bei unseren Erweiterungen dabei ist, also wenn wir die installiert haben, die gibt es auch für viele andere, ähm, Texteditoren, müsst ihr mal schauen, einfach Emmet heißt das. Das ist super gut, weil jetzt, im Normalfall müssten wir jetzt halt schreiben, Tag auf, Nav, Tag zu und dann haben wir das. Das ist jetzt nicht mega kompliziert oder umständlich, aber noch leichter ist es einfach, ich kann jetzt Nav einhinschreiben, drücke auf die Tabulator-Taste und zack, macht das Autocomplete. Da muss ich nicht immer den öffnenden und schließenden Tag schreiben. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Nav Tag, das bedeutet, das ist der allgemeine Tag für die Navigationsleiste und geben denen jetzt ein paar Klassen. Die Klassen geben wir denen, weil, also Bootstrap arbeitet gefühlt nur mit Klassen. Bootstrap, die Bibliothek, die wir nutzen, bietet die Möglichkeit, dass wir viele Klassen, also viele, zum Beispiel jetzt der Navigations, den Navigations-Tag, geben wir bestimmte Klassen und dadurch weiß Bootstrap, ah, das ist jetzt die Navigationsleiste und dann hat das immer schon ein bisschen vorgefertigte, vorgefertigte Aussehen dadurch. Das heißt, wir können jetzt die zum Beispiel, die Klasse der Navbar geben, durch einen Leerzeichen und einen neuen Satz, also, wenn wir jetzt hier noch Navbar Expand Medium hinschreiben, dann sind das zwei Klassen. Das ist unsere erste Klasse, Navbar und Navbar Expand Medium. Navbar Expand Medium bedeutet einfach so viel, dass, wenn wir nachher das kleiner ziehen, also, wenn bei einer kleineren Größe, also zum Beispiel auf dem Handy, werden nicht mehr alle Links nebeneinander angezeigt, sondern ist dann zum Beispiel so ein kleines Icon, wo man draufdrücken kann und sich dann das Menü aufklappt, aber das sehen wir auch nochmal später. Dafür ist das auf jeden Fall gedacht. Dann geben wir den Ganzen noch die Klasse Navbar Light, das heißt, wir wollen eine helle Navigationsleiste und wir wollen Fixed Top. Das heißt, selbst wenn wir runter scrollen, soll die sich immer oben anheften. So, da haben wir schon mal das. als nächstes wollen wir einen Link reinpacken und den nennen, also, das ist das Navbar Brand, nennt sich das. Das ist sozusagen das Logo. Hier könnten wir jetzt, also, also das hier, das ist mal Quatsch, hier können wir, machen wir erstmal ein Hashtag rein, weil, wenn wir auf den Link drücken, ist erstmal nichts passiert, aber wir geben ihnen natürlich die Klasse Navbar Brand meinen Fehler. dann können wir, können wir hier jetzt ein Bild einfügen, also ich könnte jetzt hier Image, dann hier in Source oder ein Bild als Logo einfügen, aber in unseren Zwecke reicht es auch einfach hier Easy Code hinzuschreiben. Okay, super. So, jetzt wollen wir, jetzt müssen wir einen Button einfügen, der erst zu sehen ist, wenn wir, also, wenn die Navigationsleiste sozusagen expandet, also, wenn dieser Fall eintritt, wenn das, der Bildschirm sozusagen zu klein ist, soll dieser Button erscheinen. das ist auch wieder durch Bootstrap vorgefertigt, deshalb schreiben wir einfach, wir wollen den Button, so, Moment, Button, und der Button hat wieder, kriegt wieder ein paar Klassen. Einmal, das ist unser Navbar, Togler nehme ich es und Type ist auch Button. So, dann Data Toggle ist gleich Collapse und Data Target Target ist gleich nennen wir es einfach mal Nav Pass das genau Das war auch, glaube ich, erstmal alles. Jetzt müssen wir natürlich noch einfügen, wie das aussehen soll. Das tun wir in den Span rein. Weil da gibt es nämlich auch wieder von Bootstrap eine Klasse. Also, wie gesagt, es wird, die Navigationsleiste, die ist wirklich schon echt viele Bootstrap-Klassen, das gebe ich zu. Danach wird es ein bisschen übersichtlicher, aber das ist halt, es ist halt Bootstrap erstmal und die Navigationsleiste muss man erstmal verstehen, was das alles macht, aber ist alles erstmal nicht so schlimm, wenn ihr es nicht sofort versteht. Genau, wie das hier ist unser Nav, also der Span, geben wir den D-Klasse Navbar Togler Icon und jetzt weiß Bootstrap, aha, das ist unser Icon, was erscheinen soll, wenn das zu klein ist und wenn dieser Button dann erscheint, genau, also hier durch Collapse erscheint er halt an bei der bestimmten Größe und wenn wir dann draufdrücken, soll Hashtag Navbars aufge, also soll das aufgehen. Und das heißt, wir brauchen jetzt Navbars, diese ID. So, dafür gehen wir unter den Button, machen uns ein neues Diff-Element und das hier kriegt jetzt die ID Navbars. So, jetzt müssen wir denen wieder noch Klassen zuweisen und zwar einmal Collapse und Navbar Collapse genau. So, und jetzt tun wir einfach nur eine ungeordnete Liste Unordered Unordered List UL abgekürzt hier rein und geben der wiederum die Klassen Navbar Nav und ML Auto unter. Was heißt ML Auto? Wir können mit Bootstrap immer mit M heißt immer Margin und L zum Beispiel Left. Zum Beispiel MR wäre Margin Rechts. ML Margin Left. Durch Margin Left Auto werden jetzt alle Listelemente automatisch rechts angeordnet. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber durch ML Auto, also Margin Left Auto wird werden jetzt alle Listelemente, die wir jetzt gleich da reinschreiben, auf der rechten Seite angeordnet. Wenn wir jetzt MR Auto geschrieben hätten, würde es alles auf der linken Seite angeordnet werden. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Listelement rein, geben das die Klasse Navitem, Navigationsitem sozusagen und das ist natürlich ein Link, also der soll uns irgendwo hinbringen, jetzt in dem Fall erstmal noch nirgendswohin, deshalb machen wir erstmal ein Hashtag rein und müssen denen aber auch nochmal die Klasse Nav Link geben. Wenn wir jetzt das haben, können wir hier reinschreiben, was da stehen soll, zum Beispiel über uns oder about, wie man, welche Sprache man jetzt hier nutzen möchte, ich mache es erstmal auf Deutsch alles, deshalb über uns. jetzt sehen wir auch schon, dass wir die Navigationsleiste haben und da rechts steht über uns. Das ist das, was wir wollten. Jetzt können wir hier noch ein paar mehr einfügen und schon haben wir fünf Navigationspunkte, die können wir jetzt noch irgendwie nennen, Services, Team, habe ich jetzt zum Beispiel noch, ja, Kontakt und Treffer Grenzen, wobei das hier weiter oben ist, aber wie ihr die jetzt nennt, ist erstmal eigentlich egal. Ich weiß gerade selbst nicht mehr, wie rum ich es gemacht hatte bei meiner, bei meiner vorherigen, also bei der Webseite, aber können wir immer noch ändern. So, jetzt haben wir erstmal das, das heißt, achso, jetzt habt ihr es gar nicht gesehen, also jetzt seht ihr, wir haben jetzt diese fünf Liste, also Listelemente, die alle links sind und genau, das sind die hier. Die haben jetzt, sieht jetzt natürlich erstmal alles noch dumm aus, weil es alles noch weiß ist, das heißt, wir wollen das jetzt stylen. So, das bedeutet, wir gehen mal wieder in die Ansicht, dass ihr auch was seht, was ich hier programmiere und genau, jetzt gehen wir in unsere CSS-Ordner und dann die Style-CSS und können jetzt anfangen, uns kreativ hier auszutoben. Als erstes ist es immer gut, wenn ihr euch das einteilt in Kategorien. Das heißt, ihr könnt einen Kommentar schreiben, in dem ihr einen Slash-Sternchen macht. So. Und auch wieder mit einem Slash-Sternchen das, ja genau, das Ganze schließen. Ich habe jetzt natürlich noch ein paar Striche, einfach damit es ein bisschen schöner aussieht und ein bisschen besser das sieht. So, als erstes wollen wir, dass unser Body, also alles, die ganze Webseite als Standard-Hintergrund soll erst mal weiß bekommen. Das sind jetzt erst mal so ein paar allgemeine Tags. Und die Schrift soll standardmäßig 444. Das ist hier Hexcode. Das heißt, das ist ein grau, so ein dunkles Grau und FFF ist weiß. 000 war zum Beispiel schwarz. Genau. Und dann können wir jetzt hier auch noch die Schriftart festlegen. Font Family. Für die Font Family brauchen wir übrigens, das lassen wir kurz offen, nochmal in der Index.html müssen wir diese Datei, äh, müssen wir diese Schriftart auch einfügen. Dafür können wir einfach auf eine Webseite gehen, die nennt sich einfach, ich glaube, Google Fonts, also Google Schriftarten. Da werde ich euch auch nochmal einen Link reinpacken und dort könnt ihr euch einfach die Schriftart aussuchen, die ihr wollt und könnt die dann hier oben mit einfügen. Das heißt, ich gehe jetzt hier unter meine Bootstrap-Code-CSS und füge mir jetzt nochmal meine Google Font ein. Das sieht dann so aus, ihr habt dann dort einen Link auf der Seite, falls ihr das hier hinbekommen, kann ich das auch nochmal im Video machen, aber es sollte auch eigentlich nicht so schwer sein, im Notfall kopiert ihr das hier erstmal. Wir haben jetzt einmal die Schriftart Open Songs in mehreren verschiedenen Rates, also wie dick das ist, die Schrift, und einmal die Schriftart Monster Red, auch wieder in verschiedenen Ähm, Kraden der Dickheit, würde ich es mal nennen. Genau, also können wir das hier abspeichern, gehen wir zurück und jetzt können wir nämlich hier bei Font Family, ich bin schon, ist schon ein bisschen spät, können wir das jetzt hier einfach Open Songs nennen und wenn das warum auch immer nicht erreichbar ist, dann Songs Serif. Das ist so eine der Standardschriftarten. So. Ähm. Dann können wir auch noch, ja lassen wir das erstmal so, fügen einen neuen Punkt ein. hier in Generate können wir später noch weitere Sachen hinzufügen und haben einen neuen Punkt nevbar. So. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Also erstmal, immer wenn wir jetzt in der CSS-Datei was schreiben, bedeutet, wenn wir Punkt machen, dass wir eine Klasse ansprechen und wenn wir Hashtag drücken, dass wir eine ID ansprechen. Der Unterschied zwischen Klasse und ID ist eigentlich nur, dass du eine Klasse öfters von nutzen kannst und eine ID nur einmal. Also ID ist zum Beispiel, nimmt man meistens so als Überding, zum Beispiel für eine Section oder also, oder für jetzt die nevbar, die hat die ID, das hat eine bestimmte, also das ist eher so eine ID, nimmt man eher so als Oberding und dann nimmt man eigentlich meistens viele Klassen. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Klasse nevbar, das ist die äußerste sozusagen, hier, also unsere Navigation und die kriegt einmal Margin Bottom, das heißt, der Abstand unten 0 und Border Radius auch 0. Border Radius ist sozusagen die Ecken, wenn wir einen Border Radius haben, dann werden die Ecken abgerundet, wollen wir aber nicht. Wir wollen auch keinen Border oder an sich, das heißt, kein Rand außen drumrum, das heißt, das machen wir auch 0 und wir wollen aber so einen kleinen, also wir wollen zum einen Background, ups, Background, RGB, A, mit 255, 255, 255, wir könnten, das ist jetzt dafür da, damit wir, also wir könnten das Ganze, das ist jetzt RGB, also rot, gelb, blau und das letzte wäre Transparenz, das ist jetzt zum Beispiel 1 und machen das zu und fügen dann noch so einen kleinen Box Shadow ein, Box Shadow ist einfach so ein kleiner Schlagschatten und den wollen wir halt haben, 0 npixel, 3 pixel, auch dann nochmal die Farbe des Schlagschatten, also machen wir mit der RGBA, 0, 0, 0, 0, Punkt 2, genau, ähm, das brauchen wir zweimal, um, damit das auf allen verschiedenen Browsern funktioniert, brauchen wir, das nennt sich so ein WebKit, das heißt, wir schreiben hier ein WebKit davor und probieren uns das einfach nochmal und fügen das nochmal hier ein, jetzt haben wir so einen kleinen Schlagschatten, können wir uns kurz anschauen, das sieht man jetzt gerade hier, ah doch, hier unten, seht ihr jetzt, ist so ein kleiner Schlagschatten und Hintergrund, wenn man noch weiß, wie wir wollten, alles super, so, ähm, wo tue ich das jetzt am besten, machen wir mal so, ich muss erstmal, es tut mir leid, dass das erste Tutorial gerade so ein bisschen langsames und durcheinander, ich muss erstmal gucken, wie ich am besten das alles aufnehme, im Normalfall nehme ich sowas nicht auf und programmiere einfach, jetzt muss ich halt sehen, dass ihr das am besten auch alle mitbekommt, was ich hier wo mache, so, als nächstes bearbeiten wir unser Nerfbar Brand, das ist unser Logo links, Nerfbar Brand, und, da geben wir diesmal, jetzt Font, ups, falsche Klammern, das ist natürlich, uh, ich so, ach, mein Fehler, Font Family, machen wir diesmal, unsere Monster, äh, Serrat, nicht Monster, Montserrat, und, wenn das halt wieder, irgendwie nicht erreichbar sein sollte, machen wir, Sans Serif, das bedeutet immer, dass, an der zweiten Stelle, soweit ich weiß, hoffe ich, ich hoffe, also wie gesagt, ich habe mir eigentlich auch alles selbst beigebracht, deshalb hoffe ich, ähm, dass ich größtenteils alles richtig erzähle, und euch kein Misterzähler, Funksize, also die Größe, der, äh, des Logos machen wir 20 Pixel, die Farbe, machen wir, habe ich mir so einen Blauton rausgesucht, den kopiere ich einmal rüber, das ist jetzt ein Hexcode, Hexcode könnt ihr auch viel im Internet nachschauen, ähm, was euch gefällt, das hier ist jetzt zum Beispiel im Blau, ähm, und, da, durch das Navbar Brand, die Klasse normalerweise schon eine Farbe hat, von Bootstrap, müssen wir hier nochmal Important dahinter schreiben, damit, das hier bevorzugt wird, dieses Navbar Brand, also diese Farbe, sonst würde das schwarz bleiben, aber jetzt sind, seht ihr da oben links, hier da rechts, da ist es blau geworden, also, alles richtig, jetzt wollen wir auch, dass es noch ein bisschen fetter ist, deshalb geben wir das, ein Font, Weight, Alt, das heißt, nehmen das dicke, jetzt seht ihr auch schon da oben rechts, es ist dicker geworden, dann, fügen wir noch ein Letter Spacing ein, das ist einfach, der Platz zwischen den einzelnen Buchstaben, dann noch ein, Padding Left, das ist sozusagen, also Padding und Margin, für die, die es noch nicht so viel davon gehört haben, ist an sich, der Abstand, um das Element drum rum, Padding ist einmal sozusagen der, wie kann man das schreiben, der innere Abstand, und Margin der äußere Abstand, ich gucke mal, ob ich in den nächsten Videos, vielleicht irgendwo mal ein gutes Beispiel finde, wo ich das zeigen kann, aber im Notfall, lest ihr euch dazu was durch, und vielleicht wissen auch schon viele Leute, darüber Bescheid, aber Padding ist sozusagen der innere Abstand, Margin würde ich den äußeren Abstand nennen, und wir wollen jetzt einfach, kleinen Abstand links und rechts, haben, RIM ist so eine Einheit, ähm, ja, die sind, einfach wie Pixel, nur, dass die sich so ein bisschen anpasst, je nachdem wie groß, das Gerät ist, auf den ihr schaut, damit ist das nicht immer so statisch, sondern ein bisschen dynamischer, wenn der Stimme versagt langsam, aber die Neffbar machen wir jetzt noch zu Ende, so, was soll passieren, wenn wir über das Neffbar, ähm, hovern, dafür geben wir einfach Neffbar Brand, ein, Doppelpunkt, Hover, und, wenn wir jetzt hier hinschreiben, Color Black, könnten auch, statt Color Black, könnten wir halt auch, Hashtag FFF, äh, 000, hinschreiben, das geht genauso, nur, was wir wieder bedenken müssen, ähm, wir brauchen wieder Important, damit das überschrieben wird, brauchen wir an sich sonst nicht so ganz so oft, aber hier brauchen wir es leider, und jetzt, wenn wir, hier mal schauen, ähm, jetzt haben wir unseren Neffbar, in der coolen Montserrat, und, und wenn wir jetzt hier drüber gehen, dann ändert sich das zu schwarz, ähm, wir können jetzt noch das Ganze, können wir noch, dass das ein bisschen, nicht so sofort ist, sondern, so eine kleine, Transition, also so eine kleine, wenn er sich das Übergang ist, und, dann nennen wir das einfach, geben wir hier den Neffbar, so eine Transition, in all, 0,3 Sekunden soll das dauern, und, ähm, nennen das Ganze, oder nennen das nicht, aber wir müssen noch hier, is in, out, hinschreiben, und jetzt, wenn wir jetzt hier mal schauen, dann ist das so ein kleiner Übergang, dann ist das nicht so instant, sondern ein bisschen smoother, ein bisschen schöner, super, also ich glaube, das, das längste Neffbar Tutorial, was ihr jemals gesehen habt, aber ich hoffe, damit hat jeder erstmal einen guten Einstieg, und, genau, weil, ich finde, manche Videos waren einfach ein bisschen zu fix, und da hat man das gar nicht verstanden, deshalb, versuche ich euch das alles hier, möglichst gut, gerade den Anfang beizubringen, die nächsten Videos waren auf jeden Fall ein bisschen schneller, aber, erstmal, um das Ganze zu verstehen, falls man vielleicht gar keine Ahnung für HTML hatte, wie ich früher, ist das, glaube ich, ganz gut, und wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, weil ich irgendwas doof erklärt habe, oder sonst irgendwas, dann gebt mir einfach Bescheid. Zunächst mal haben wir den Nefflink, designen wir, der Nefflink, wie wir hier sehen, ähm, ist sozusagen immer dieses A, also immer, unser über uns, Services, Referenz, Team, Kontakt, das sind unsere Nefflinks, die wollen wir designen, die sehen da noch ein bisschen trister rechts aus, das heißt, wir geben auch erstmal wieder hier die, äh, die Montserrat, von Family, dann, geben wir, auch wieder, ähm, die blaue Farbe, weil die euch ganz hübsch ist, wir können auch jede andere Farbe natürlich nehmen, dann, und, das heißt, können wir uns auch kopieren, die machen wir auf, 17, dann geben wir dem Ganzen noch ein Margin, und jetzt können wir nämlich, wenn wir einfach nur Margin hinschreiben, können wir jetzt vier Zahlen hinschreiben, das ist dann oben, rechts, unten, links, das heißt, als erstes oben wollen wir 0, dann wollen wir rechts, wollen wir 0,5, jetzt benutze ich schon wieder neue Einheiten, machen wir mal VW, da zähle ich gleich wieso, dann, rechts, und, äh, das ist jetzt, also, die erste 0 ist oben, die 0,5 ist rechts, die nächste 0 ist unten, und die nächste, wäre, jetzt, links, so, da wir jetzt aber sehen, wir haben oben, und unten, und links und rechts, genau die gleichen Größen, können wir auch einfach die letzten beiden weglassen, dann zählt sozusagen, die erste Zahl für oben und unten, und die zweite für rechts und links, das VW, VW, ähm, ich bin so, durch heute, VW heißt einfach View With, das heißt, es ist immer abhängig von dem, wie groß ist das gerade angezeigte Gerät, oder das Fenster, und davon macht das abhängig, wie breit dieses Margin ist, so, dann wollen wir hier, bei der Schrift, die können wir noch hier drüber machen, auch noch eine andere Font Rate, so ein bisschen dicker, deshalb machen wir 500, und, wir wollen auch wieder so einen Hover-Effekt einfügen, das heißt, wir kopieren uns das kurz, nehmen das hier eigentlich alles raus, außer Color, geben, schreiben hier, Doppelpunkt, aber, können, äh, können, ähm, auch jetzt wieder 0, 0, 0, also, dass es wieder schwarz ist, können wir dann noch die Transition übernehmen, von hier, die Transition, auch wenn es komisch klingt, muss immer in den NevLink an sich rein, also in das Item, und, aber nicht bei Hover, also, ihr müsst einmal, zum Beispiel hier bei NevLink, oder NevBrand, net Transition einfügen, und, die wird dann sozusagen ausgelöst, wenn man diesen Hover-Effekt nutzt, heißt, wir haben jetzt, ähm, können wir uns auch mal kurz anschauen, haben wir jetzt hier, unsere verschiedenen Links, die hier schon mal ganz cool dargestellt werden, auf der rechten Seite, wie ich schon vorhin gesagt habe, funktioniert dann noch nichts, wenn ich hier drauf drücke, weil wir haben denen ja allen nur, Hashtag gegeben, da passiert also nichts, so, und, ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich schon, ähm, die NevBar geschafft, und damit das erste Tutorial vorbei, ähm, es war jetzt ein bisschen länger, und wir haben nicht ganz so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte, aber dann geht es im nächsten Video weiter, ähm, ich hoffe, ja, euch hat es trotzdem gefallen, lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ähm, abonnieren würde mich natürlich freuen, und, genau, dann, ja, schaltet einfach bei dem nächsten Video ein, wenn ihr wollt, ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst mir Fragen da, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, haut's darin, Leute, bis später, ciao.